Dieses zu veräußernde Fünfzimmer ein Familienhaus steht im Kreis Düren. Das im Jahr 1950 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 445 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 135.000 Euro. Wir freuen uns, die näher zu informieren.